Das sind Lea und Tim. Sie sind Zwillinge und sechs Jahre alt. Sie verstehen sich gut, teilen dieselben Hobbys und haben sogar die gleichen Freunde. Als Belohnung für eine gute Note in der Schule erhalten beide jeweils fünf Zucker von ihren Eltern. Sie freuen sich sehr darüber. Die Zeit vergeht. Die beiden werden größer, studieren, bereisen die Welt, ziehen in eine eigene Wohnung, bewerben sich für dieselbe Position in der gleichen Firma und werden glücklicherweise angenommen. Tag für Tag sitzen sie im Büro nebeneinander und erledigen dieselben Tätigkeiten, was ihnen viel Spaß bereitet. Am Monatsende erhält jeder seinen Lohnzettel. Sie kommen darüber ins Gespräch und stellen überrascht fest, dass Lea um 200 Euro weniger Gehalt als Tim bekommt. Schon einmal eine ähnliche Situation erlebt? Das Geschlecht, die Herkunft, die Religion, das Alter, die sexuelle Orientierung und die Behinderung kann man sich nicht aussuchen. Die Antidiskriminierungsstelle in der Stadt Salzburg kann helfen, anonym und kostenlos. Einfach melden 0676 87 46 69 79 Office at antidiskriminierung-salzburg.at www.antidiskriminierung-salzburg.at www.antidiskriminierungsstelle.at 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 Vielen Dank.